Es ist ein Auftritt, bei dem uns fast die Worte fehlen. Tara Reade auf dem Weg zu einer TV-Show in New York. Wirklich schockierende Bilder. Das Dekolleté, knochig und die Brüste seltsam verformt. Von einer weiblichen Oberweite keine Spur. Seit Jahren wird über eine Essstörung der Schauspielerin spekuliert. Fast monatlich gibt es neue erschreckende Aufnahmen des Hollywood-Stars. An der Seite von Jason Bix in den American Pie-Filmen gelangt Tara der große Durchbruch. Mit einer weiblichen und schönen Figur. Doch das ist jetzt gut 16 Jahre her. Heute sind es diese Bilder, über die man spricht. Und das leider mit großer Sorge um den Gesundheitszustand des einstigen Teenie-Stars.